Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part-Battle-Blog nach einer etwas längeren Pause. Ich weiß gar nicht, weißt du welche Nummer das hier ist? Ich glaube 9, müsste 9 sein. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht 9, so. Ja, wir haben uns mal wieder schick gemacht und spielen jetzt weiter. Und da verlieren wir auch nicht viele Worte. Ne, los geht's. Und rennen einfach ins nächste Kapitel. Ich bin schon gespannt, wer es jetzt noch auf uns zukommt. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir überhaupt sind. Das weiß ich auch alles nicht mehr. Es ist zu lange her. Ja, genau. Das ist wieder, wie in jedem anderen Projekt auch, die schöne 3-Monat-Pause. Lass mich mal den neuen Insider fliegen. Da ist der Struggle real. Der Struggle ist real, genau. Das höre ich sehr oft in letzter Zeit. Und du auch. Oh, Chapter 4. Warte, das haben wir auch schon geschafft. Ja, dann sehen wir jetzt eben wieder. Oh, jetzt kommt 5. Ne, 5 haben wir glaube ich auch schon. Ne, hier ist noch nichts. Ne, hier ist es zu. Oben ist 6. Ich glaube, es sind doch oben 6, oder? Nein, es sind 9. Es sind 9. Oh wei, oh wei. Okay. Also noch 5 Kapitel. Oh, nicht mal die Hälfte. The Struggle is real. The Struggle is real. Egal, immerhin gibt es dann nochmal 5 schöne Cutscenes. Ja. Wenn man sich beeilt, dann haben wir das auch schnell geschafft. Wir müssen nur konzentrierter spielen. Also jetzt volle Kraft voraus und rein da. Und das wird jetzt richtig schön geacet. Und wir finden wieder Jarns. Oh, boah, Jarns. Oh, was ist das denn jetzt? Oh Gott. Oh, nein. Das hängt schon wieder an. Ach, nö. Da muss ich dich schmeißen, oder? Oder so, du schmeißt mich. Ja, okay. Das soll gehen. Geh mal weiter. Genau, da ist so ein Knöppchen. Ah. Nein! Jetzt. Ja, klar, weißt du? Schön. Ach so. Ah, ich muss natürlich noch runter. Warte. Hä? Ach so. Ja. Lauf zu labern, renn. Ah, ah. Oh Mann, das geht doch nicht. Okay, wow. Ich muss zugeben, ich habe es bis zum Ende nicht geblickt. Los, runter. Sehr schön. Wow. Oh, Junge. Mach doch keine Scheiße. So, jetzt kannst du hoch. Jetzt kannst du hoch. Ah. Sehr gut. Oh. Okay, neues Event. Du hast mich aber zersägt, du. Haha, wortwörtlich. Eine Säge. Oh, warte, 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 warte. Nein! Komm mal mal in mir her. Ja. Zack. Und jetzt, äh, warte. Nein! Guck mal, da oben ist ein Secret. Ach, da ist so ein Teleporter. Ja, ich sehe schon. Dann machen wir... Komm schnell hoch. Das muss jetzt quick gleich gemacht werden. Oh. Oh. Nein! Hahaha. Oh Mann, da geht's. Jetzt, Junge, jetzt, jetzt, oh mein Gott. Voracious. Okay, toll. Eine Abkürzung. Beste Abkürzung der Welt. Ne, da war aber noch was gerade. Ich leffe ein Auge auf dieses Level. Ach, verdammt. Oh Mann. Was ich gerade noch gesagt habe zu den Dingern, die Level sind zu unabwechslungreich, nehme ich gerade zurück. Das ist ja... Also das mit den Siegen hier ist ja 1A. Komm mal ab da eben. Ja, Entschuldigung. Nein, komm mal her, meine ich. Ach so. Wunderbar. Hau mal ab jetzt. Ne, ich meine, komm her, komm her. Ja, oh Mann. Warte mal, ich bin doch da auch gerade so hochgekommen, oder? Das ist voracious. Nein, du bist auf meinen Kopf gesprungen, was ich vorhatte. Warte, mach mal, komm mal hier hoch. Ja, oder so. Ne, warte mal, das muss doch anders gehen. Ich schmeiß dich mal da oben gegen. Ich schmeiß dich da oben gegen. Ja, und du? Ach so, ja, und dann komm ich da auch nicht hoch, ne? Genau, das ist... Oder was, kann der Fisch hier was? Warte mal. Ne, das sind diese komischen Krabbenviecher, die sind irgendwie in jedem Level oder jeden Kapitel. Oder vielleicht irgendwas mit der Säge oder was? Ich blick's auch gerade nicht. Äh, pass auf, komm her. Ich geh jetzt hier hoch. Genau, geh mal einfach weiter. Ich kann sie ja hier auch töten. Ach so, ja, einmal pupsen. Oh, oh, oh. Das gab's auch schon lange nicht mehr. Das hab ich dann auch noch gerade so geschafft. Mann, wenn ich jetzt diese Hüte sehe von Polizisten, muss ich an dieses eine Video denken. Hä? Ups. So, wir müssen uns beide hier rausstellen. Warte mal. So. Okay. Ja, rein, ne? Ja. Oh, wir haben sogar das Jalen. Ich glaub, das hab ich gerade gerufen. Ich glaub, wir haben richtig viel vergessen, kann das sein? Weiß ich nicht, aber das Jalen haben wir auf jeden Fall. Also von daher. Ja, also wir haben das Jalen und ist alles gut. Das Jalen, aber dann gibt's noch ein B. Nee, aber mir ist jetzt die Wertung mittlerweile scheißegal, muss ich sagen. Ja, ehrlich, also geht mir auch so. Das Projekt war ja nicht umsonst lang auf Eis. Das lag auch ein bisschen an der Motivation. Motivation? Motivation. Ja, da gibt's ja so mehrere Projekte. Leider. Ja, Two Worlds haben wir ja aber Gott sei Dank noch. Da brauchen wir keine Motivation für. Aber nein, Two Worlds, wie gesagt, das kommt dann, wenn's soweit ist. Da wird dann auch noch was geguckt, wie wir das machen. Och, guck mal, wie niedlich der grad geschaut hat. Aber das sehen wir ja dann, wenn's soweit ist. So. Und Klepkes ist ja auch vorbei, hä? Achso, manchmal, neue Technik? Nein, die gab's ja vorher. Das ist normalerweise ein Angriff gewesen. Achso. Ach, Mann. Oh, 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 man. Wann, der sieht... Ach, jetzt bist du oben. Och, oh, was passiert denn hier? Mensch, ah. Den kann man mitnehmen hier. Der hat bestimmt noch einen... Hat bestimmt einen Sinn, dass man den mitnehmen kann. Nee, den musstest du da wegschieben. Aha. Oh, oh, der Jalen. Ich folge dir. Oh, nein, nein. Blub, 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 blub. Boah. Ey, wenn das so weit rauszoomt, dann wird's immer richtig fies. Weißt du, was das da schon wieder war? Hä? Da war's wieder vor Rage ist. Achso. Äh, Struggle ist nie. Und nun? Oh, mein Gott. Ach, verdammt. Da wollte ich mich richtig hinstellen und hab den Abgang gemacht. Der Schmies ist das. Der Schmies? Oh, komm. Ja, ja, Mann. Das war aber jetzt knapp, du. Da war ja Knöppjes. Knöppjes, da Knöppjes. Da kannst du bestimmt unten von der Seite, oder was? Ah, nee. Das macht keinen Sinn. Hör mal auf, mich die ganze Zeit durch die Gegend zu werfen, hier. Ähm. Ich würde überlegen, ey. Das ist... Das ist auch mal so tricky. Aber hier oben. Da oben kann man erst mal hoch. Hier. Warte. Oder? Nee, geht noch nicht. Schade. Was hat das hier zu besorgen? Die geht gar nicht hoch, die Plattform. Wenn ich die erst mal rüberwerfe... Und dann, äh... Kannst du da auch nicht viel machen, oder? Doch. Da oben, genau. Zieh den mal raus. Ah, ah. Okay, jetzt kommt die hier hoch. Ach, jetzt sehe ich, dass wir hätten da oben den Stein runterschmeißen müssen. Da haben wir jetzt natürlich nicht dran gedacht, ne? Da unter dir jetzt rechts bei dem Kristall... Da waren wir aber gar nicht. Nee? Achso. Oh, verdammt. Ich bin tot. Ja, dann kommen wir da gleich vielleicht noch hin. Oder es ist irgendwie ein Geheimbereich. Oder was weiß ich. So. Hab's geschafft. Geh mal vor. Ich komm dir hinterher. Warte mal, ey. So. Mit der Abkürzung. Hier, das kann man auch noch irgendwie ausmachen. Oder anmachen. Ich mach's lieber an. Guck du dich nochmal um. Ja. Okay. Hier geht's runter. Da ist ein Teleport. Und da ist das Ziel. Hier schon das Ziel. Rein ins Ziel. Rein ins Ziel. Weißt du, was mir auch einfällt? Wir haben ja... Ja, ja, ja. Ich brauch's gleich. Moment, ja. Ja, wir haben am Anfang ja noch gesagt, dass wir einfach, äh... auf unsere Ergebnisse scheißen. Dann irgendwann in Kapitel 3 hat sie's soweit eingependelt, dass wir wirklich alles mitnehmen wollten. Wir wollten das einmal in A-Doppel-Plus haben. Ja, genau. Das hat aber nie funktioniert. Aber jetzt... Jetzt ist die Motivation... Das Spiel war leider... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Es macht Spaß. Aber es ist eintüniger als erwartet. Dementsprechend ist es... Äh, natürlich kannst du das sagen. Zum Zugucken mit ideal. Ich finde aber auch, äh... Ups, warte mal, wie soll das denn funktionieren? Yo. Ich hab mich flach gemacht. Äh, ich finde, ähm, trotz der tollen Ideen, die hier kommen, hups, man merkt halt, dass es ein Editor-Spiel ist, ne? Also selbst die Level hier wurden halt auch alle mit einem Editor erstellt. Das merkt man dann irgendwann, ne? Da fehlt dann so dieser... Ich mein, hier ist auch keine grundverschiedene Visualisierung oder so. Also ich mein, die Blöcke nehmen ja jetzt auch nicht irgendwie eine andere Gestaltung an oder sowas, weißt du? Und die Musik ist auch immer die gleiche. Also da hätte man schon noch einiges machen können. Äh, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich noch einige schöne Ideen und sowas. Ups. Das stimmt wohl. Ja, das Problem ist, du musst das auch irgendwie alleine schaffen, hier hinzukommen. Ja. Ähm. Ach, ne, warte mal, du hast ja da ein Checkpoint aktiviert. Achso. Ja, gut. Ja, machen wir es einfach so. Die einfache Variante, ne? Ja. Wo war das noch? Wo war ich das gerade in... Bei Köpkis, ne? Hier, manchmal ist der Suizid die beste Wahl. Ja, Suizid ist manchmal eine Lösung. Zumindest in Games. Zumindest in Games, ja. Soll ich denn da jetzt rüberkommen? So, okay. Warte, jetzt komme ich mir das Skilals. Hau mal ab. Will ich das Skilals demonstrieren? Okay, mach alleine. Das waren keine Skilals. Das war... 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 Das war noch besser. Oh, ich bin trotzdem... Oh, ja, gut. Jetzt muss ich gerade einmal die orientieren. Nicht er schon wieder. Oh nein, aua. Aber jetzt hat er gut gegessen. Hahaha, guck mal. Ja, das steht auf Augen. Ja, wie kommt man denn an Game vorbei? Warte, ja, den locken wir jetzt da rein. Achso, ja, genau. Der kommt jetzt in den Hexler. Aber er folgt nur dir. Ja, dann geht er ihm... Achso, ja, dann gehen wir ihm rein. Ich glaube, wir müssen... Jetzt geh ich aus dem Bild. Au! Warte. Lass sie sich gerade... Sägen lassen. Ja! Hahaha. Okay. Da ist er gesägt worden. Ja. Versägt worden. Das ist ja... Angesägt worden. Da krieg mir was. Komm mal eben nochmal, wie man ne Gem. Den bin ich jetzt... Wenn er so offensichtlich... Da liegt wie ich den Gem jetzt auch ne Gem. Oh! Oh! Oh, gracious! Das war aber ein guter Kopfsalto, du. So, hier, einmal... Danke. Ups. Ah! Du Verräter! Da kann ich ja nichts für... Mann, guck mal, ich respawn in der Säge. Oh mein Gott! Jawoll. No. Yes! No! Yes! 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 Warte. D-d-d-d-d! Boah. Nein! Super Hero No! Ja, komm. Wie lange du dich noch... Wie lange du dich noch in der Luft gehalten hast, ist ja herrlich. Boah. Okay. I cheated. Weil du weißt, du rollst, machst den Wurf... Und du fliehst ne halbe Sekunde später weg. Wart mal, du solltest nicht mehr... Das ist gar nicht mehr... Das ist gar nicht mehr... Nein, es geht mal. Ich lebe dich auf. Das ist gar nicht mehr so. Okay, ich lebe dich davon. Doch, du kannst doch nicht mehr... Ah, warte mal. Das ist gar nicht mehr so. Nein! Ja! Okay. Und weiter. Und zack. Hier oben ist locker was? Nö. Also ich freu mich auch schon auf Trend-Dry. Wenn ich das mal ansagen darf jetzt. Ja ey, da freu ich mich auch drauf. Aber ich glaub das dauert noch ein paar Jahre. Ja, egal aber bei den Jump'n'Run und so. Ja. Geht nicht doch jetzt. Oha. Oh Gott, oh Gott, ich fall hier einfach. Nein! Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Immerhin geschafft. Was denn jetzt? Ah, so. Oha. Ein Jettepäck. Warum ist denn ein Jettepäck da? Da hab ich was geholt da oben. Ist ja Bums. Ah, Jettepäckow. Ah, Jettepäckow. Ah, Jettepäckow. Tobäckow. Abbonus. Sieh eine Mbonus. Sieh eine Mbonus. Komm mal, Abbonus. Na, obwohl wir keinen Bock drauf hatten, du. Ja. Komm nicht, ne? Schon wieder ein Drittel geschafft von diesem Kapitel. Ja, um in Zahlen zu werfen, weil das tut noch mehr weh. Oh, oh. Oh, oh. Schöpäckow. I know I did. Ja, wie gesagt, da merkt man, unsere Professionalität ist wieder sehr groß. Never lose hope. Kriegte sie über. Doch, ich. Doch. Ne, was machst du denn? Langsam merkt man das, merkt man, dass wir dann halt auch Gefangene hier sind, ne? Wieso? Im Battleblock. Hier, da. Ja, das merkt man daran, dass ich nicht aufhören darf. Da haben wir uns echt gefangen, wortwörtlich. Jetzt kann ich... Wie soll ich dir denn folgen? Ah. Aha. Immer diese Nudsticks. Zumindest mit denen mitfüllen. Oh, warte mal. Nö. Geht nicht. Kann man nicht. Oh. Jetzt kannst du. Oh. Das ist richtig kompliziert. Also verwirrend. So. Jetzt kannst du. Oh. Oh. Egal. Abkürzung. Oh. 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 Achso, da gezogen. Hm. Wunderschön. Da waren wir der Smartestan am Start. Das Smartestan? Jetzt kommt die Abkürzung wieder. So war der Smartestan. Okay, so habe ich ihn geholt. Oh boy, Jamie, ich gehe einfach so weiter. Hm. Hat sogar geklappt. Verdammt. Wieso klappt das bei ihm und bei mir ist? Das hat was vom Portal, wenn man da... Oh. Alter. Nein. So ein Assi. Alter, es reicht jetzt. Wie konnte man noch mal... Man konnte auch Waffen irgendwie wechseln. Also ich hab schon. Wow. War's nicht mit Elia. Mit der LB. Na ja, hast den Tod gehauen. In dem Fall das... In dem Fall das... Oh. 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 Dann wär ich wieder hier... zerruft. Den kannst du nicht kaputt machen. Nicht? Oh. Ah, nein. Oh, doch. Jetzt ist er tot. Echt? Ja. Den hat's zersägt mal wieder. Das letzte Mal konnten wir ihn nicht kaputt hauen. Den hat's ja zersägt. Achso. Ja, aber jetzt... Oh. Okay. Mann, das war ich. Oh. Oh. Der war aber sehr gewalttätig. Nee. Allgemein eine sehr miese Stelle hier. Ja, jetzt haben wir's doch hier. Zack. Danke. Danke. Ausgang ist offen. Okay, wo ist der Ausgang? Da vorne. Wie kommen wir da hin? Oder... Achso, warte mal. Müssen wir da vielleicht... Nee, ne? Oder doch? Das... Kann man denn nicht manuell irgendwie rauszoomen? Ja, so ein bisschen. Warte. Nee. Ich muss doch irgendwie, äh... Ah, ne, da oben ist es seit Jahren. Ist da oben. Mit dem rechten Stick. Kann so. Wie kommen wir denn... Wir kommen ja auch gar nicht mehr zurück, oder? Aber wir müssen doch gar nicht zurück. Bin ich jetzt komplett bescheu... Achso! Boah, ja, ey. Wir sind echt... Wir müssen den Block da oben. Der darf da nicht im Loch sein. Ah. Oh. Stopp. Weißt du was? Oh mein Gott! Okay, geh du. Geh du. Ich lasse dir den Vortritt. Achso. Nur weil du weißt, dass ich dich sonst wieder tötet. Ja, ich stell mir sowieso auf. Aua! Oh. Oh. Okay. Hm. Oh. Naja. Ja. Keep on hanging, ne? Hang in there, kids. Oh, it's a B. Dafür gibt's noch ein B. Ich glaub, die haben nur A und B und A plus und A plus plus. Und B ist das, ist die O. Und B ist so dieses... Du hast Versagen. Ah, ich guck die ganze Zeit auf dich. Hatten wir nicht... Kann man eigentlich nicht verschiedene Farben einstellen, ne? Ach, verdammt. Nein. Wir sind ja ein Team. Ein T-Arm. Achso, ein T-Arm. Ein T-Arm. Oh, jetzt kommen wir... Oh nein, geh mir weg mit Mathe. Kannst du den Stein irgendwie schmeißen? Willst du ihn schmeißen? Hm. Sieht so aus? Nein, ich kann ihn nicht schmeißen. Oh. 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 Oh, bei. Tod. Das war so schlecht. Oh, nein. Nein. Das war ein Doppelspießruten... Ein Spießrutenlauf war das. Oh. Ja komm, ich find grad meinen Spaß wieder an dem Spiel. Ja, da kommen wieder PvP Sklals. Ah, hier, Schweinereiten. Mit... So was bräuchte es öfter. Weißt du? Solche Sachen, wo man noch hier irgendwie mit dem Boot oder mit dem Schwein... Verstehst du? Oder mit Gabelstapler. Ja, oder mit Gab... Genau! Gabelstapler, Mann! Warum keine Gabelstapler? Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Aua. Ach, verdammt. Oh. Junge. Ja, schön. Geh doch einfach vor. Das machst du doch in Trine auch immer. Nein! Ja, mit seinen Scheißgranaten. Ich hab die ja nicht. Und die treffen immer die Kackdinger. Nicht immer. Meistens aber. Oh, Mann, oh. Jetzt komm her! Ach so, ja. Okay. Na! Junge! Wirst du hoch! Nein! Nein! Wenn du so lange wartest, ne? Alter, komm! Jetzt! Oh! Hat geklappt. Ich check auch nicht, warum du immer versuchst, über mich ruhe zu springen, anstatt einfach neben mir herzulaufen. Ach so. - Ja, Alter! Nilke! Ach so. Oh. Was kannst du eigentlich, Mann? Ja, äh. Nicht so viel. Ich merk schon. Ist ja feration das. Ja, ich hab auch nur einen Sinn. Ups, warte um. Was für nen Sinn? Denn Seh-Sinn. Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho фак. Nein, der war war. No comment, Vladia. Ach so, verdammter Mensch. So, Achtung, da fliegen wieder die, äh, wie nennt man die guten Lenden? Alter, was? Wie ist es, wenn du mich schmeißt? Ach so. Ich schmeiß dich. Du schmeißt mich. Jetzt reicht's aber auch. Dein Ernst jetzt. Was denn? Was muss ich denn? Ach so! Mein Gott. Manchmal hab ich kein Sicht. Kein, oh Gott. Ich kann sehen, sie in Filtern auch schon. Nein, ich bin so dumm, ey. Ich kann doch nicht, oh! Da haut er sich selbst in eine Pfanne. Ja, das wollte ich aber auch nicht. Ja, hallo. Ja? Man, warte mal, ist doch ein Versager. Hä? Ach so. Oh Mann, ja, ich bin müde, tut mir leid. Ist doch, ist doch gut jetzt. Na, da hat man mir zu noch was zu lachen hier. Und so weiter. Oh, wir haben sogar alles gefunden. Huhu, Julian, oh, gewonnen. Oh, da muss ich aber auch nochmal den Julian, ey, das ist ja der super Insider. Der wird ja auch in einem halben Jahr. Der kommt dann ja auch irgendwann, ja. Julian. Ja, der ist ja am, am, warte, den Tag hatte ich mir sogar angespeichert. Der kann ich sogar hier jetzt verkünden, ja? Ne, verkündet ihr nix, ey. Hinterher funktioniert irgendwas nicht. Oh, da werden wir uns, der Tag ist ja sowieso. Das ist ja, der ist ja bumm. Warte. Das war gruselig. Okay. Am 15. August. Ne, das ist ja Himmelsfahrt. Jetzt komm, einfach, das ist doch Mensch. Ach, doch. Können wir dann irgendwann. Da zeigt er mir hier Sachen an, do, meine Herren. Nein, was machst du da? Hä? Hier geht's doch lang. So. Da oben ging's nämlich auch lang. So, soll ich da mal eben? Genau, stell ich mal eben rauf. Na, ich weiß so genau, was du vorst. Ich geh da mal hier unten lang, ne? Haha, da will sein, Asi, das ist unglaublich. Verrächs. Ja, oder so. Jawoll! Der war jetzt aber auch mies, Alter. Der war auch echt mies. Du konntest dich nicht mal wehren. Der war so wie bei Köpfkissen mit den Maulwürfen. Ja. Oh! Auf die man ja nicht drauf springen kann, ne? Aua! Da war der Stand. Und jetzt? Achso, Abkürzung, stimmt ja. Tata, da bin ich auch schon. Oh, Feuilen! Alter, wie du dich da gerade durchgesneakt hast, ey. Oh. Oh! Jawoll! Oh! Nein! No! Okay, bin hier oben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was jetzt? Ich stelle mich. Ich war da gerade. Ich steckte da gerade drin. Hahaha, Junge. Oh! Oh, da war vielleicht nicht Nein Oh, das ist jetzt aber gefährlich Ich glaube, du hast das Spiel kaputt gemacht, oder nicht? Nein! Jawoll Das gibt's doch nicht Aber die Idee finde ich auch schon wieder cool hier Warum gab's das vorher noch nicht? So, hab's geschafft, da bist du auch schon Aua Weißt du, ich schaff's Man kriegt dafür erstmal ne Granate ins Gesicht Ne Renate Ne Renate Oh, Renate Oh, Tini Oh, Mann, oh, Mann Oh, der Freund, der Robot Oh, der Robot Der Robot, haha, der Robot Robert B. Robot Oh, 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 oh Quatsch, die Flügel waren gar nicht die bösen Sachen Diese Propellerhüte, das sind die bösen Nein, die Flügel Also, das ist in dem einen Part, wo du so Probleme hattest Das war ein Flügel Das weiß ich Ne, ich rede jetzt hier von diesen Shame-Dingens, was im Weihnachts-Special war Wo ich einfach das nicht hingekriegt hab, mit diesen Propellerhüten zu flattern Das war Ja, ja Das Struggle war da real, du